Also das heißt, pro Jahr zahlen wir als Wirtschaft 30 Milliarden nach Brüssel. Wie viel kommt denn da zurück von den 30 Milliarden? Weil, was zahlen wir rein, was kommt zurück? Erst dann können wir sagen, bringt es uns was oder kostet es uns was? Ich bitte um Meldungen aus dem Publikum. Von den 30 Milliarden, die wir nach Brüssel abführen, was kommt zurück? Erste Meldung? Nichts? Naja, ein bisschen mehr ist schon wie nichts. Also genau, in der Tat, der große Batzen von dem, was zurückkommt, geht in die Subventionierung unserer Landwirtschaft rein. Also es kommen zurück von den 30 Milliarden Pi mal Daumen 10. Und davon geht es meist in die Landwirtschaft. Jetzt haben wir ganz normal gerechnet. Das wäre doch viel einfacher. Wir zahlen gar nichts an die EU und helfen unserer Landwirtschaft direkt. Dann haben wir immer noch mehr im Sackl, als wenn wir das über die EU umleiten, wo die von den drei Euro, die wir denen geben, uns zwei wegnehmen und nur einen zurückgeben. Also welche Unternehmer würde unter solchen Bedingungen so eine EU finanzieren? Keiner. Und dann heißt es ja immer noch, ja, die EU, das ist dann das nächste Argument, in Anführungszeichen, das dann kommt. Wenn wir das mal vorgerechnet haben. Ja, wer zahlt denn übrigens? Ha, da habe ich vergessen. Wird er noch schlimmer? Also wir sind eine sehr dynamische Partei. Ich halte jetzt mit meinem Ellenbogen auch noch das Pult. Das haben wir alles im Griff hier. Ja, ihr sollt ja auch nicht einschlafen. Stellt euch mal vor, ich würde es so machen wie der Prof an der Uni. Ja gut, dann fällt es zwar nicht um, sorry, aber ihr schlaft doch auch ein. Also allein vom Kosten-Nutzen-Dingens her kann man also die EU schon mal vergessen. Und von diesen 20 Milliarden, die dann pro Jahr dann versumpfen in Brüssel, wer zahlt die denn? Herr Halbritter, das Silenzium und so weiter, okay, er hat es verstanden. Wer zahlt die denn? Die größte Melkuh für den deutschen Staat, wo er sich das Geld holt, das er dann Richtung Brüssel veruntreut, ist wer? Wir Bürger über die Einkommenssteuer. Ja. Dann gibt es auch noch Unternehmenssteuern, die sind viel, viel weniger. Also das meiste holt sich der Staat wirklich über die Einkommenssteuer, von den direkten Steuern. Was die Unternehmenssteuern betrifft, da gibt es auch ganz klare Rechnungen. Mittelständler zahlen, andersrum, Großkonzerne zahlen im Schnitt 30% weniger Steuern auf die gleichen Umsätze als Mittelständler. Das heißt, die Sponsoren dieses Wahnsinns, das ist ja nichts anderes als ein Wahnsinn, wenn wir da 30 Milliarden weggeben und 10 kommen nur zurück. Die Sponsoren dieses Wahnsinns sind die Bürger, die sich aus der Einkommenssteuer nicht herausziehen können, weil ein Bürger kann ja schlecht eine Briefkastenfirma seiner eigenen Person auf irgendwelchen Cayman Islands anlegen. Schafft er nicht, da müsst ihr sicher gleichzeitig auf die Cayman Islands beamen, wie Scotty in Raumschiff Enterprise und gleichzeitig müsst ihr dann aber auch noch auf der Arbeit sein. Das ist ja physisch, zumindest technologisch noch nicht möglich. Also diejenigen, die sich dem nicht entziehen können, werden gemolken, das sind die Bürger über die Einkommenssteuer und das sind vor allem die Mittelständler, weil die halt auch festhängen hier vor Ort. Weil sie eben auch diese Steuersparmodelle, zum Beispiel auch über Luxemburg oder Holland sogar, muss man gar nicht so weit gucken, nicht fahren können. Aber das wird ja noch viel schlimmer. Also von diesen 30 nochmal, die wir da reinzahlen, 10 kriegen wir zurück. Mittelstand, Bürger zahlt, Großkonzerne fast nichts. Diese 30 Milliarden, die wir abführen pro Jahr, die werden wahrscheinlich nächstes Jahr steigen auf 45 Milliarden. Warum? Ja, obwohl, ich höre schon Brexit, also ob das wirklich kommt, also die EU ist sowas von undemokratisch und sowas von überclever und noch ein Referendum und noch ein Referendum, bis das Ergebnis endlich passt, als man will. Ich bin mir gar nicht immer mehr sicher, ob der Brexit überhaupt kommt. Würde ja auch diesem ideologischen Selbstverständnis dieser Eurozentristen ja auch sehr gut entsprechen, den Volkswillen aus dem Referendum mit Füßen zu treten, weil nichts anders machen nämlich diese Eurozentristen. Aber nehmen wir mal an, der Brexit kommt wirklich, dann würde unsere Abführung nach Brüssel von 30 Milliarden auf 45 Milliarden Euro steigen, weil ja niemand in Brüssel auf die Idee kommt, was einzusparen. Nö, sondern die planen weitere Stellen und das, was dann noch teurer ist, soll dann auf weniger Beitragszahler umgelegt werden. Auch ein Irrsinn. Kein Unternehmer kann so denken. Wenn der Kuchen kleiner wird, also sprich, wenn der Markt kleiner wird, was macht der Unternehmer? Er baut Kapazitäten ab. Aber die EU ist ja kein Unternehmer, das ist ja ein Nicht-Unternehmer. Das ist ja der Gegensatan gegen das Unternehmertum. Was macht dann die EU, wenn die Briten vielleicht doch raus dürfen? Dann bläht sich die Stellen auf und die, die noch drin sind, so wie wir, müssen dann noch mehr zahlen. Heute früh bin ich relativ gut gelaunt aufgestanden. Ja, und dann haben wir zwei Nachrichten, sind da wieder eingetrudelt. 50 deutsche Familienunternehmen haben eine Kampagne gestartet. Made in Germany, made by Vielfalt. Geil. Welcher Marketingpapst hat das wieder verbrochen? Made in Germany, made by Vielfalt. Ihr erratet es schon, für Toleranz und Weltoffenheit. Oder wie ich es gerade gesagt habe, Selbstausbeutung oder Selbstvernichtung. Ich habe doch gerade gesagt, was die EU macht mit uns. Aber es ist immer schon so. Je bösartiger etwas ist, was in der Politik passiert, desto hinter schöneren Worten wird es versteckt. Das kennen wir doch alle schon von Orwell 1984. Die, die foltern im Keller, die nennen sich dann Ministerium der Liebe. Und die, die lügen, dass sich die Balken biegen, ist das Wahrheitsministerium. Wo ich mich dann an den Orwell wieder erinnert habe, dann habe ich dann verstanden, was sie mit meinen. Made in Germany, made by Vielfalt. Für mehr Toleranz und Weltoffenheit. Made in Germany, my summer debat. Die anderen nehmen uns aus und wir machen noch mit. Also das ist dann eigentlich die richtige Übersetzung von diesem Titel. So, wer macht denn jetzt damit die 50 größten Familienunternehmen? Ich nenne jetzt einmal diejenigen, für die ich nicht gearbeitet habe. Weil zwei von meinen früheren Arbeitgebern stehen da auch drauf auf der Liste. Jetzt habe ich zumindest heute verstanden, warum ich in Streit von Ihnen schon damals geschieden bin. Weil ich das damals anscheinend schon gesehen habe, was die heute für einen Scheiß machen. Also ich sage jetzt nur die Namen für die, die ich nicht gearbeitet habe. Balsen, ich würde sagen, es gibt auch andere Kekse. Wir zeigen Ihnen jetzt als Konsumenten, was wir davon halten. Ich werde jetzt nie mehr einen Balsenkeks essen. Es gibt ja auch Alternativen dazu. Ich werde auch nie mehr mit einem Mähdrescher von Glas rumfahren. Mach ich nicht mehr. Es gibt ja auch andere Hersteller von Mähdrescher. Und bevor ich mir die Kante mit Jägermeister gebe, also sorry, da trinke ich doch lieber ein Kraselensean von uns hier aus dem Wahlkreis, oder? Dann haben wir auch noch die heimische Wirtschaft unterstützt. Und ich sage meiner Frau, die Kuchen werden wieder selber gebacken. Keine Vormischungen von Oetker mehr nehmen. Der ist nämlich auch dabei. Und auch für das Trikot, für das Trikot muss ich nichts von Trigema nehmen. Und wenn es mir dann kalt ist und ich will mich warm duschen, dann greife ich doch lieber auf ein Lichtensteiner Qualitätsprodukt zurück von der Firma Hoval, weil da brauche ich das Dingens vom Feiland auch nicht mehr. Das waren jetzt ein paar Namen, ihr könnt es ja nachschauen, das waren 50 Firmen. Und die haben dann noch ein bisschen Ideologie reingeschustert. Das ist ja noch nicht zu Ende, das geht ja weiter. Und zwar, wie begründen Sie das, was Sie machen? Anführungszeichen. Als Familienunternehmen sind wir uns unserer gesellschaftspolitischen Verantwortung bewusst. Ist noch okay. Wir bekennen uns durch die Teilhabe an der Initiative zu einer offenen Kultur und möchten ein Zeichen setzen zur Förderung von, also wieder Toleranz und Welthoffenheit, also zur Förderung von Dämlichkeit und Selbstausbeutung. Ja. Da muss ich jetzt mal eine Frage stellen. Wo bleibt denn die Kampagne dieser Gutmenschen unter den Unternehmern, wenn es darum geht, der ganzen Deutschen zu gedenken, die seit der Grenzöffnung 2015 umgebracht worden sind? Komisch. Höhe nix. Kostenexplosion am Wohnungsmarkt. Unsere Rentner, unsere Ärmsten aus den unteren Lohngruppen können sich ja keine Wohnungen eigentlich nicht mehr leisten. Wo sind Sie denn da, die Herren und Damen Familienunternehmer, mal für die eigenen Leute mal eine Kampagne zu starten? Machen Sie ja nicht, weil es ist eine Kampagne für Dämlichkeit und Selbstausbeutung, wie wir festgestellt haben. Die Familienunternehmer werden schon noch merken, dass sie jetzt auf die Seite derjenigen gewechselt sind, die ihnen ihre eigenen Firmen kaputt machen. Weil, das müssen wir uns auch klar verstehen, Menschen, die Hilfe brauchen, denen helfen wir gerne. Aber wir wissen, dass die große Mehrheit der sogenannten Flüchtlinge ja keine Flüchtlinge sind. Das ist ja alles sehr gut dokumentiert. Die werden von internationalen NGOs, so von dem Herrn Schorisch und solchen Leuten, werden die mit Geld ausgestattet, mit Handys ausgestattet, mit Bankkarten ausgestattet. Das Aufwischen im Mittelmeer wird von denen finanziert. Sondern diese Leute werden in großen Scharen, da kommt ja kaum einer aus dem Kriegsgebiet. Die kommen ja aus Lagern, wo sie außerhalb der Kriegsgebiete seit Jahren nicht gut gelebt haben, sind wir ehrlich, aber existieren konnten. Und die werden zu uns hereingeholt mit einem Ziel, um unsere sozialen Strukturen zu zerrennen.